Und dabei der herzliches Willkommen zu einem Kampf der Woche, den wir uns diesmal als Wiederholung angucken, weil ich den eben gerade durchgeführt hab. Ich drück jetzt hier gerade nochmal auf Stopp, bevor wir den Fight durchführen lassen. Wie ihr seht's, hab ich so rund 60 Barbaren, 40 Bogenschützen, 3 Packers, 14 von meinen Hogridern, ein Blitzzelt, 2 Rage Spells und ein Jumpspell dabei, Barbarenkönig und Queen, Party Ready to Splash, 480k Gold, 269k dunkles Elixier, wär schön, Elixier, nicht dunkles, sondern normales Elixier. Außerdem ist am Stissel das liebe dunkle Elixier mit 1,5 Tausend. Wir greifen hier jemanden an, der bei Burry Kings ist, nicht Burger Kings, sondern We Burry Kings, Leon Hart oder Leon Hart, I don't care really how it's name is, aber ja, ich hab mir überlegt, den anzugreifen, weil der Loot einfach ziemlich cool ist und außerdem, weil ich gerade sehe, dass dieser Barbaren irgendwie blitze. Achso, das ist der Tesla gewesen. So, und auf jeden Fall die Armeezusammenstellung ist so zustande gekommen, dass ich eine Armee für den Clanrohr machen wollte, übrigens hab ich den Clanrohr bei unserem Clan verschlafen und deswegen waren 3 Packers drin, die Hawkrider hatte ich noch, weil ich in letzter Zeit wieder ganz gerne mit Hawkridern zwischendurch einfach angreife, mit Barbaren und Bogenschützen zusammen und deswegen sind auch die Spells so zusammengekommen und dann hab ich den gesehen und hab gedacht, ganz ehrlich, mit den Spells, mit Peckers und, ja, da könnte was draus werden und wir schauen uns das jetzt einfach mal an, wie das klappt. Als erstes hab ich natürlich Barbaren mitgenommen, um hier die Gebäude wegzubekommen und dann den Jumpspell so gedroppt, dass die Peckers als erstes die erste kleine Mauer zerstören, da relativ schnell durch sind und dann weiter reinspringen. Im Endeffekt hätte ich den Jumpspell vielleicht weiter nach hinten droppen sollen, der ist so ziemlich schlecht gedroppt. Im Endeffekt hab ich jetzt von rechts und links schon die Hawkrider gesetzt, damit die im Ragebell sitzen, was im Nachhinein auch doof war. Die Hawkrider hätte ich lieber von weiter unten noch setzen sollen, anstatt sie von weiter oben setzen, weil die Peckers sowieso bis nachher drinnen zu den Expos gekommen wären. Wäre cleverer gewesen, mit den Hawkridern von unten reinzugehen. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt im Inneren des Lagers. Barbarenkönig ist auf 17 noch mit fast vollem Leben. Queen ist ungezündet. Wir haben schon 177k LX hier geklaut und jetzt können wir sehen, dass die Peckers sich jetzt hier durchsprengen zum nächsten Verteidigungsgebäude und der Barbarenkönig hier ordentlich am tanken ist. Pecker kriegt auch ein bisschen Damage. Luftabwehr als Feldratzfatz. Meine Queen zünde ich jetzt absichtlich nicht. Und jetzt ist so ein bisschen das Problem, dass ich ehrlich gesagt alle Einheiten gedroppt hatte und noch mal ein Bitzzell durch hatte, den ich brauchte und nicht darauf geachtet hab, dass ich meinen Barbarenkönig noch zünden kann, weil ich halt einfach nicht mehr hingeguckt hab, sondern manchmal droppe ich einfach alle Einheiten und zack, jetzt stirbt mein Barbarenkönig, was ziemlich blöd ist, weil dadurch ist meine Queen jetzt komplett offen. Ihr seht, wirklich viel Damage hält sie im Gegensatz zu meinem Barbarenkönig natürlich nicht aus, weil sie einfach viel weniger Health Points hat. Und dadurch, dass ich jetzt schon gezündet hab, ist sie jetzt auf 17 und kümmert sich jetzt erst hier um die Goldmine. Ist gar nicht so schlecht, ist ja auch ein bisschen Gold drin. Dann um die zweite Goldmine und dann um den Könönchen. Die Kanone schafft sie noch. Danach ist dann Schluss für sie und sie ist raus aus dem Fight und jetzt kommt The Most Epic. Ihr seht, es ist noch eine Minute und 16 übrig. The Most Epic Bogenschütze auf SeaWorld, der hier einfach mal radikal eine Minute lang auf dieses Goldlager eintrischt und das fast sogar noch komplett leerräumt. Ziemlich fett eigentlich. Und dann blitze ich hier drüben jetzt noch, oder das habe ich schon, beziehungsweise den einen Bohrer mit dem dunklen Elixier ein bisschen geblitzt und die Minen. Im Endeffekt knapp 500.000 mit Bonus sind sogar fast genau 500.000 dunkles Elixier. Meine Güte. Gold meine ich natürlich. Dann haben wir noch 226.000 Elixier und 1.385 dunkles. Ja, 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 ja. Da haben wir ja eigentlich alles mitgenommen, was geht. Zum größten Teil. Was Gold angeht zumindest. Ja, und das ist jetzt ein bisschen anderer Kampf der Woche. Normalerweise mache ich die immer live und fighte dann. Aber ich habe das jetzt mal so rum gemacht, weil ich wollte euch den Fight ganz ehrlich zeigen und ich finde, das passt ganz gut zu einem Kampf der Woche. und deswegen würde ich sagen, besser werde ich wahrscheinlich keinen besseren Fight in dieser Woche machen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig über meine Bewertung freuen. Am liebsten alles auf einmal und ja, ich sage es nochmal an der Stelle. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das jetzt auch gerne tun und wenn ihr dann mehr Clash of Clans Videos und so. Macht's gut, ich bin raus. Tschüss.